Der Rekordmeister Bayern betritt dieses Duell in einer Form, die sowohl beeindruckend als auch bedrohlich für die restliche Liga ist. Nach einer glanzvollen Demontage von Bochum und einem überzeugenden Sieg über Mainz im DFB-Pokal zeigt sich die Mannschaft unter Vincent Kompany in bestechender Verfassung. Die Bayern spielen mit einer Aura der Unantastbarkeit und senden ein klares Signal ihrer Titelambitionen an die Konkurrenz. Doch während sie sich in dieser starken Verfassung präsentieren, dürfen sie nicht vergessen, dass RB Leipzig ihnen dicht auf den Fersen ist. Die Sachsen bereiten sich auf ein Schlüsselspiel gegen Dortmund vor, das später am Tag ansteht. Bayern ist sich bewusst, dass es in dieser Phase der Saison keinen Platz für Nachlässigkeiten gibt. Jeder Punkt zählt und um ihren Griff auf die Tabellenspitze weiter zu festigen, müssen sie heute eine konzentrierte und entschlossene Leistung abrufen. Für Union Berlin stehen die Chancen heute ebenso hoch. Die Mannschaft von Bo Svensson hat eine turbulente Woche hinter sich. Ihre starke Form in der Liga wurde durch ein frustrierendes Unentschieden gegen Frankfurt gebremst, gefolgt von einem demütigenden Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Arminia. Doch Union steht am Rande von etwas Großem. Ein Sieg heute würde sie auf den dritten Platz katapultieren. Eine beachtliche Leistung für den Klub und eine Gelegenheit, ihren Kampfgeist erneut zu zeigen. Mit einem klaren Ziel vor Augen kommen die Unioner hierher. Sie wollen ihr Schicksal wenden und die positive Energie zurückgewinnen. Dabei sind sie sich der gewaltigen Herausforderung bewusst, die Bayern auf ihrem eigenen Terrain darstellen. Bayern Munich's victory over Union Berlin was more than just another notch on the Bundesliga belt. It was a powerful proclamation of Bayern's enduring dominance and their determination to keep their place at the pinnacle of German football. With rivals closing in in every match shaping the season's narrative, Bayern reminded everyone why they remained the team to beat. The win reinforced their consistency, depth, and strategic adaptability, a clear signal that they are equipped to handle the relentless demands of another title race. Every passing week, Bayern showcases the firepower and resilience that has made them serial champions, seemingly impervious to pressure. This result carries significant weight for Union Berlin 2 who entered the game with high hopes and a desire to make a statement of their own. The loss highlights the learning curve Union faces as they aim to compete consistently at the highest level, both domestically and in European competitions. Union's journey to becoming Bundesliga regulars has been marked by resilience,